Willkommen zur neuen Ausgabe von mit offenen Karten. Unser heutiges Foto ist eine Horrorvision bzw. realistische Darstellung eines zukünftigen Abends im Kreis der Familie. Jeder vor seinem Bildschirm, Smartphone, Tablet, Computer, um Mails zu verschicken, Filme zu laden oder sich in sozialen Netzwerken zu tummeln. Überall nimmt der mobile Internetverkehr rasend zu und wir haben den Eindruck, dass all diese Verbindungen drahtlos zustande kommen. Aber dem ist beileibe nicht so. Damit Sie innerhalb weniger Sekunden Verbindung zu Ihrem bevorzugten sozialen Netzwerk haben, braucht es Infrastrukturen. Am Himmel, durch Satelliten, auch wenn Sie sehen werden, dass diese dabei eine untergeordnete Rolle spielen, an Land und vor allem auf dem Meeresgrund. Und darum geht es heute. Kilometerlange auf dem Grund der Ozeane verlegte Kabel ermöglichen die Kommunikation in kürzester Zeit zwischen den Kontinenten, machen uns aber auch verletzlich und führen zu Handelskriegen und geopolitischen Konflikten in den Tiefen der Meere. Wir beginnen mit Marea, dem ersten Seekabel, das im September 2017 direkt von den Konzernen Microsoft und Facebook zwischen ihren Datenzentren in Virginia Beach und im spanischen Bilbao verlegt wurde. Das 6400 Kilometer lange Glasfaserkabel hat eine Übertragungskapazität von 160 Terabit pro Sekunde. Das sind drei Viertel des derzeitigen Internetverkehrs. Es ist das leistungsstärkste der inzwischen insgesamt 428 weltweiten Seekabel. Das erste Unterseekabel wurde 1851 zwischen Dover und Cap Griné verlegt. Über eine Telegrafenleitung wurde man damals an den Börsen von London und Paris innerhalb weniger Minuten über die neuesten Aktienkurse unterrichtet. Diese von Schiffen verlegten Kabel waren regelrechte Triebkräfte für die wirtschaftliche Entwicklung. 1858 wurde das erste transatlantische Kabel von Irland zur nordamerikanischen Insel Neufundland verlegt. Anschließend wurden es immer mehr. 1870 wurde London mit Bombay verbunden. Im Jahr 1900 waren bereits 200.000 Kilometer Kabel verlegt worden. 1902 kamen die ersten transpazifischen Seekabel hinzu, die Australien mit Neuseeland und Kanada über die Fidschi-Inseln und Kiribati verbanden. Ein weiteres Kabel verband San Francisco über Honolulu mit Manila und Shanghai. Zur Verwaltung dieser Kabel wurde 1865 der Internationale Telegrafenverein gegründet, der später in Internationale Fernmeldeunion umbenannt wurde, denn die nationalen Netze mussten miteinander verbunden und an die technologischen Entwicklungen angepasst werden. 1956 wurde dann TAT 1 verlegt, das erste transatlantische Telefonkabel. 1988 kam eine weitere Neuheit dazu. TAT 8 war das erste Glasfaserseekabel zwischen Frankreich, Großbritannien und den USA. Durch diese heutzutage allgegenwärtigen Kabel werden Lichtwellen vom Sender zum Empfänger am anderen Ende geleitet. Die Fasern haben den Durchmesser eines menschlichen Haares, aber mitsamt Mantel und Schutzhülle sind sie in etwa so dick wie ein Gartenschlauch. Sie werden von besonderen Schiffen, sogenannten Kabellegern, in Küstennähe im Meeresgrund vergraben und auf hoher See auf dem Meeresgrund verlegt. Das Ulysses-Kabel zwischen Dover und Calais ist 30 Kilometer lang. Die transpazifischen Kabel sind zum Teil länger als 30.000 Kilometer. Kontrolliert wird dieser Markt auf dem jährlich fast 2 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden seit den 90er Jahren von privaten Konzernen Alcatel Submarine Network aus Frankreich, TI-Subcom aus den USA und NEC aus Japan. Durch die 428 derzeitigen Tiefseekabel fließen 99 Prozent der weltweiten digitalen Daten. Nicht einmal 0,4 Prozent werden über Satelliten übertragen. Die meisten Kabel verbinden Europa mit Nordamerika und Europa mit Asien. Dazu kamen im Laufe der Zeit Südamerika, der Nahe Osten, Südostasien sowie die Küsten Afrikas. Knotenpunkte dieses Netzes befinden sich in New York, in Cornwall, in Marseille, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bombay, in Singapur und in Hongkong sowie an der Ostküste Japans. Im Gegensatz dazu sind Staaten wie zum Beispiel Bangladesch und Mosambik kaum an das Netz angebunden, da dort der Internetverkehr relativ gering ist. Mit den insgesamt 1,3 Millionen Kilometern Kabel, die inzwischen die Ozeane durchqueren, könnte man die Erde 32 Mal umrunden. Ein erster Spitzenwert wurde zur Zeit der Internetblase um die Jahrtausendwende, der zweite heute erreicht. 2016 wurden 27.000 Kilometer Kabel zusätzlich verlegt. Der Wert hat sich 2017 verdreifacht, da wir nach immer mehr Daten und hochauflösenden Videos verlangen. Die relativ schlecht geschützten Kabel können von Schleppnetzen, Tsunamis und Haifischen beschädigt werden. Pro Jahr kommt es zu etwa 100 Pannen und die Daten werden über andere Kabel umgeleitet. 2006 wurden allerdings bei einem Seebeben vor Taiwan mehrere durchtrennt. 120.000 Telefonanschlüsse fielen aus und der regionale Banken- und Börsenhandel wurde lahmgelegt. Die großen Unternehmen wie zum Beispiel Orange haben den Grund der Ozeane untereinander aufgeteilt, um bei Pannen sofort eingreifen zu können und die relativ schnell alternden Kabel gleichzeitig durch leistungsstärkere zu ersetzen, die für das reibungslose Funktionieren des Internets unerlässlich sind. Denn die Datenmenge nimmt ständig zu. 1992 betrug sie 100 Gigabyte pro Tag, 2002 waren es 100 Gigabyte pro Sekunde und 2016 wurden in einer Sekunde 260 Mal so viel Daten übertragen. Im 21. Jahrhundert sind diese Sehkabel deshalb von entscheidender Bedeutung für die Datenübertragung und somit auch ein bedeutender Machtfaktor. Dazu wollen wir uns die hauptsächlichen Datenströme im Jahr 2017 ansehen. Nordamerika ist mit Lateinamerika, Europa und Asien verbunden. Und auch wenn die Kabelhersteller keine US-Firmen sind, so stehen die USA, wo das Internet in den 70er Jahren entstand, im Zentrum des Datenverkehrs. Dort stehen 10 der 13 Rootname-Server, die den Internetverkehr verwalten. Die internationalen Top-Level-Domains wie .com und .org werden von der ICANN in Los Angeles eingerichtet. Die Internetkonzerne Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, die berühmten GAFAM sind allesamt US-Firmen und unterstehen US-amerikanischem Recht. Das führt dazu, dass 80 Prozent des Internetverkehrs über die USA verlaufen, so der mächtige US-Nachrichtendienst NSA. Bereits 1955 hatten sich die NSA und ihre Partnerdienste aus Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland zu den sogenannten Five Eyes zusammengeschlossen, um den weltweiten Datenverkehr zu überwachen. Diese Überwachung wurde ein halbes Jahrhundert später von Edward Snowden, der als IT-Spezialist für die NSA gearbeitet hatte, enthüllt. Er erklärte 2012, wie insbesondere die Landungsstellen der Seekabel angezapft wurden. So können in Großbritannien an den drei wichtigsten Landungsstellen in Porthkerno, Bute und Highbridge zahlreiche Seekabel vom britischen Nachrichtendienst angezapft werden, wie eine Karte der Geheimdienste aus den Unterlagen von Edward Snowden verdeutlicht. In Frankreich ermöglichen die traditionellen Bande zwischen den Nachrichtendiensten und France Telecom, inzwischen Orange, ähnliches bei den Seekabeln im Mittelmeer, über die in Marseille wichtige Daten aus dem Nahen Osten und Nordafrika eintreffen. Das ist nichts Neues. Bereits im Kalten Krieg war es US-amerikanischen U-Booten gelungen, Kabel zwischen sowjetischen Marinestützpunkten anzuzapfen. Damals war die Kommunikation noch nicht verschlüsselt. Im digitalen Zeitalter ist Spionage allgegenwärtig. Hier sieht man die wichtigsten Abhörstationen der NSA. So sollen etwa 200 Kabel angezapft werden, um den Terrorismus zu bekämpfen, aber auch um politische und wirtschaftliche Daten zu erhalten. In Brasilien war man darüber so wütend, dass man ein eigenes Kabel nach Europa verlegt, das nicht über die USA verläuft, für 185 Millionen US-Dollar. Angesichts dieser US-amerikanischen Vorherrschaft ist Russland verhältnismäßig gut geschützt. Nur vier internationale Seekabel verbinden es mit dem Rest der Welt. Eins mit Finnland, ein weiteres mit Georgien und zwei mit Japan. In Moskau hat man eigene Internetdienstleister wie Yandex und Fkontaktie, die einfacher zu kontrollieren sind. Werfen wir nun einen Blick nach China. Im vergangenen Frühjahr wurde das Seekabel CMIUI5 von einem Konsortium aus 20 Unternehmen fertiggestellt, darunter drei chinesischen Telekom-Konzernen. Die Regierung in Peking, die das Internet streng überwacht, möchte ihren Einfluss auf gewisse strategisch wichtige Seekabel ausweiten. CMIUI5 verbindet Südostasien, den Mittleren und den Nahen Osten und Westeuropa. Deshalb hat der chinesische Konzern Huawei begonnen, überall auf der Welt Kabel zu verlegen und auszubauen, darunter auf Grönland, den Malediven, den Kumoren, zwischen Südafrika und Großbritannien und sogar zwischen Brasilien und Kamerun. Innerhalb von zehn Jahren ist Huawei weltweit zu einem der größten Player bei der Verlegung von Seekabeln aufgestiegen. Wie eng die Bande zwischen dem Konzern und der chinesischen Regierung sind, ist nicht bekannt. Aber kürzlich wurde die Verlegung eines Kabels zwischen Sydney und den Salomonen durch Huawei von den australischen Behörden nicht genehmigt, da man dort den Verlust seiner Hoheit über digitale Daten fürchtete. In Zukunft stehen uns mit der zunehmenden Präsenz der Internetriesen auf diesem Markt noch weitere Umwälzungen bevor. Nicht nur Google, sondern auch die beiden Konzerne Facebook und Microsoft versuchen ihre Macht durch die Verlegung eigener Kabel auszuweiten. Letztendlich wird in ihrem Angebot dann nur noch der Internetzugang fehlen, der zurzeit noch von den Telefonanbietern vermarktet wird, bevor sie das gesamte Ökosystem des Internets kontrollieren. Ende Dezember 2017 dürfte eine Nachricht ziemlich unbeachtet geblieben sein. Großbritannien schlug Alarm, da angeblich eine neue Gefahr über den Ländern der NATO schwebe. Diese Gefahr stamme aus Russland, das im Verdacht steht, einen Angriff auf die besagten Seekabel vorzubereiten. Ein weiterer Beweis dafür, dass diese inzwischen ein wichtiger Aspekt staatlicher Macht sind. Zum heutigen Thema empfehlen wir Internet im Kalten Krieg, eine Vorgeschichte des globalen Kommunikationsnetzes. Von Martin Schmidt, erschienen bei Transkript. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald.